Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Studium. Nummer 8 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Findest du, dass die Inhalte des Studiums für die Arbeitswelt relevant sind? Fühlst du dich durch dein Studium ausreichend auf die Herausforderungen der Arbeitswelt vorbereitet? Fühlst du dich durch dein Studium ausreichend auf die Herausforderungen der Arbeitswelt vorbereitet? Fühlst du dich durch dein Studium ausreichend auf die Herausforderungen der Arbeitswelt vorbereitet? Welche Kompetenzen und Fähigkeiten erwirbst du durch dein Studium? Gibt es die Möglichkeit, sich während des Studiums auf ein bestimmtes Berufsfeld zu spezialisieren? Gibt es die Möglichkeit, sich während des Studiums auf ein bestimmtes Berufsfeld zu spezialisieren? Welche Sprachkenntnisse sind für dein Studium wichtig? Welche Sprachkenntnisse sind für dein Studium wichtig? Musst du während deines Studiums ins Ausland? Welche Möglichkeiten gibt es, nach dem Studium im Ausland zu arbeiten? Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren! Und gib uns bitte ein Like! 12. 15. 15. 16. 24. Vielen Dank.